Drucktechnologie Hallo zusammen, ich bin Dennis, Drucktechnologie im dritten Lehrjahr. Ich mache meine vierjährige Lehre bei Druckerei GERTEIS. Im dritten Lehrjahr jedoch bin ich bei Druckerei Stempfli für noch auf grösseren Maschinen zu lernen. Drucktechnologie Zuerst stelle ich die Maschine auf das neue Papier ein. Zuerst stelle ich die Maschine Für die Farbe zu drücken brauchen wir vier Farben die warst, blau, rot und gelb. Zu jeder Farbe braucht eine separate Druckplante. Hier ist das Druckbild drauf. Nun geht es immer zu drücken. Währenddessen ist es meine Aufgabe, die Qualität zu überwachen. Das heisst, in regelmässigen Abstand einen Bogen zu ziehen, den ich zuerst von Augen anschauen. Zusätzlich gibt es elektronische Hilfsmittel, wie z.B. das Image-Control, wo die Farbe messen und regeln. Am Beruf gefällt mir v.a. der Umgang mit Farben, nur dass kein Auftrag gleich ist wie der andere. Die Farbe werden vor Ort und den Zweck als eine Woche nicht schneller ausgerichtet. Und jetzt meine Leute, die Farbe messen aus, sind schon gemeinsam. Was hat das erreicht? Auf, was hat das, was hat das? Es geht zu einem Fakten. Das geht. Auch die Farbe-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Die Farbe-Ton-Ton-Ton-Ton. Die Farbe-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton. Untertitelung des ZDF, 2020